Komme ich jetzt zu euch, ohne, dass die mich direkt snipen, die Arschis. Die Frage ist, wo stehen die genau. Sind die unter uns? Wo sind die genau? Nein, die bei Bio. Dings... sind die... Nein! Hier ist noch einer. Ja, der Knoppers war oben. Ich hab grad die Waffen geweselt. Ey, was ein Bums hier. Sehr gut, sagst du. Es steht ein unter euch. überlebt magi überlebe ja ja trotzdem nicht ein kühl bestätigt gekriegt das ist wild oder zu keinen kühl bestätigt krass habe auch noch nie erlebt ja 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 gammler ich liebe dich auch danke für den follow card hier jetzt kann ich zeige was du kannst hier jetzt will ich was sehen ja aber zack ich jetzt schon was hält ich jetzt schon weniger zehn heftig ich Ihr seid doch ein paar Freaks, ihr drei, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Da stand's ein bisschen falsch, würde ich sagen, du. Granate geht raus. Granate! Was Steve Operator immer sagen, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Wisst ihr, was ich interessant finde? Mario Talk, es sind nur noch sieben da, ne? Und die sind jetzt zwei Zonenkreise weitergekommen. Die waren vorher schon nur neun. Mal ihn da. Alle Verbündeten sind in der Sicherheitszone. Die machen das Picken, glaube ich. Wer hat verifiziert? Wir haben einen neuen, ich hab's gelesen, Kiti. Ich hab's direkt grad gelesen. Freut mich, ehrlich, Kiti. Du weißt das. Mich freut das wirklich. Ich stehe da auch zu 100% hinter. Aber auch vielen lieben Dank, Kiti, dass du da mir vertraust. Das kann auch mal gesagt werden. Da ist er. Planlos ist der neue Dosenöffner. Sehr, sehr geil. Was, 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 was? Das ist die Dose des Padora. Was? Oh, die campen jetzt oben im Present bestimmt, das Team. Wir haben keine Plates mehr. Wir haben keine Plates mehr. Und das ist das. Let's go, Kiti. Ja, die haben halt absolute High Position da oben. Ich frag mich, wer da oben sitzt. Oh, du musst aus dem Zonenkreis. Oh, mein Gott. Oh, ist das wild. Huh. Ist das wild. Hm. Peter unlustig. Peter unlustig feier ich vom Namen her, ne? Haha. Links oben war einer. Ja, der oben ist. Schitte. Ja. So, habt ihr doch. Easy. Easy win, Gambler. GG. Geil. Auf jeden Fall. Das war gut. Dadurch, dass die halt oben waren, war das relativ gut. Aber das war das Team von Black Zorn. Was soll ich jetzt dazu sagen? Black Zorn, prison, Dach. Fuck. Mein Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Ja, ja, Black Zorn. Das ist die Rache, weil man oben am Dach kämpft. Fühl ich. Magst du jetzt auch wieder mitmachen, Kiti? Dann will ich noch eine Runde machen. So, wer hat mich als Pumpenfotze bezeichnet? Wer hat mich als Pumpenfotze bezeichnet? Ich bin vorzüttet. Ich bin vorzüttet. Ich bin vorzüttet. Wenn du dich nur cool fühlst, ist ja so. Unmöglich, scheißvoll. Ich spiel nur jetzt. Hey. Keine Beleidung. Dann soll ich mir keiner beleidigen, Alter. Ohne Scheiß. Ja, das war total leid. Hey. Ausgerutsch, Aggression. Entspannter, ey. Ja, das warst du gar nicht. Das warst du gar nicht. Bisschen aggressiv unterwegs. Der ist nicht uncool. Der ist richtig uncool, Allah. Das ist immer süß. Ne, mach keine Faxen. Mach kein Mimimi. Ja, das gibt es halt irgendwo. Was soll ich dazu sagen? Jetzt sagen wir versuchen es jetzt noch einmal. Ich weiß nicht.